Wo finden wir denn Benzin? Ich würde ihn ja gerne benutzen, aber es geht ja nicht. Wenn man nichts reinsteckt, dann kommt auch nichts raus. Ah, jawoll. Wo steckt man denn da die Münze rein? Genau. Ah, hier. Nehmen wir uns doch gleich mal die Wundertüte. Ob eine Wundertüte mich vor Alien-Invasoren retten kann? Das würde mir vielleicht Spaß machen, aber wenig bringen. Dann schauen wir mal. Ein Streichholz, magischer Knetgummi und eine magische Ladung. Da fehlt jetzt eigentlich nur noch der typische Ramsch-Comic. Eine 357er inklusive Munition wäre mir echt lieber gewesen. Patrone, Magnet, Schaukommi, Streichholz. Hm, da kann ich eigentlich gar nichts mit anfangen. Magnetisch gibt es hier irgendwas, was hier zu hoch... Patrone mit magischer Ladung. Ich würde denen gerne eine magische Ladung in den Hintern schießen, aber... Nein. Auf jeden Fall tun wir es jetzt schon mal wieder speichern. Gut. Ja, was können wir denn jetzt anfangen? Streichholz. Mit einem Streichholz könnten wir vielleicht... Ich weiß nicht, wie ich das damit benutzen soll. Hier probieren wir das magnetische Knetgummi. Diese Kombination führt zu keinem Ergebnis. Hm, wenn wir das vielleicht da umfüllen. So etwas kann ich nicht tun. Mögen die vielleicht Streichholzer? Ich wünschte, das hätte irgendeinen Effekt. Oder... Vielleicht... Vollgeladen und für jedes Schandtat einsetzbar. Jawohl. Türkette. Okay, ich mache die Tür auf, die Aliens kommen rein und grillen mich. Das lassen wir lieber erst mal. Das war jetzt unfair. Streichholz. Egal, wie oft ich es versuche... Das ist schlecht, ne. Vielleicht können wir damit jetzt das öffnen. Vielleicht als Plan B. Momentan habe ich aber wirklich genug Ärger. Ne, das war keine gute Idee. Wenn wir... Streichholz und Knetgummi, da gibt es keinen... Egal, wie auf die Kness versuche. Es klappt nicht. Bauplan. Den kann man auch nicht anfangen. Da haben wir ja auch nur diese... Diese Kombination führt zu keinem Ergebnis. Wollte ich auch nicht. Fenster. Wenn das magisch ist... Ist das auch magisch. Schön wär's. Aber Alex hat das Fenster mit so vielen Schutzzaubern vers... Ja. Gut. Aber auf jeden Fall könnten wir... Zutatenregalen streichen. Das passt auch nicht. Könnte ja vielleicht... Geht's hoch. Und dann sterbe ich an einer Rauchvergiftung. Von mir aus... Ich weiß nicht, wie ich das damit benutzen soll. Zeigefingereimer, Streichholz, Knetgummi und das. So etwas kann ich nicht tun. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Gut, mit einem Eimer könnten wir Sachen auffangen. Das bringt uns schon mal gar nichts. Finde ich jetzt. Außerwahrer Zeigefinger. Mit dem könnten wir auch nichts Wichtiges machen, denke ich mal. Gucken, kann man das Schloss direkt auswählen? Nein. Hier, das hab ich noch gar nicht gesagt. Aber Zauberstab der Friedfertigkeit. Gut, das können wir mit dem Zeigefinger, denke ich mal. Ich wünschte, das hätte irgendein... Komm mal her. Gaum mal her. Ich denk mal schon, dass es uns... Dann nehmen wir ihn einfach mal so runter. Dieses Zeug macht aus einem tobenden Wolf ein friedfertiges Lämmchen. Im übertragenen Sinne natürlich. Nehmen. Und vielleicht... Ach, das klappt nicht. Der Luftzug von draußen würde mir den Staub entgegen wehen. Hm. Ja, was könnte man denn da... Knetgummi, Staubaufstache. So etwas kann ich ja nicht tun. Das hätte ja sein können. Das ist aber richtig Kapslock aus, weil mir das ganz schön auf den Sack geht. Ähm. Geladener Bolzen, irgendwas. Mach knetisches Knetgummi. Äh, magisches Knetgummi. Ach, magisches Knetgummi. Knetgummi. Diese Kombination führt zu keinem Ergebnis. Okay, nicht einfach das Spiel. Gar nicht so einfach, wie ich das dachte. Also sogar schwerer, als ich dachte. Vielleicht. Ich wünschte, das hätte irgendein Effekt. Ja, ist ja ein Zauberstab. Also eigentlich, denk ich mal, vielleicht tut der das hier mal. Ich weiß nicht, wie ich das damit benutzen soll. Gut, gucken wir uns einfach mal um. Popcornmaschine. Ja, das bringt uns schon mal gar nichts. Pizzaschachteln auch nicht. Sessel nicht. Egal, der Reklamation auch nicht. Wir gucken erst mal auf die Uhrzeit. Ja, eigentlich wollte ich schon etwas früher aufhören, aber irgendwie hält mich das Spiel am überlegen. Das läuft. Jetzt bloß nicht niesen. Ah, also. Ja, das war jetzt Glück. Magischen Staub. Nochmal hier, ob da geht es ja wieder zurück. Ach, das klappt nicht. Der Luftzug von draußen würde mit... Das könnte ich mir denn einmal mit magischem Staub machen. Egal, wie oft ich es versuche. Es klappt nicht. Einmal mit magischem Staub. Ja. Einmal mit magischem Staub. Ich denke mal, das wird uns irgendwie gar nichts bringen. Vielleicht können wir das... Ich weiß nicht, wie ich das damit benutzen soll. Knetgummi. Diese Kombination führt zu keinem Ergebnis. Hatte ich eigentlich gedacht. Vielleicht Streichholz. So etwas kann ich nicht tun. So, das ist ein geladener Bolzen. Das. Ich wünschte, das hätte irgendeinen Effekt. Ich habe gedacht, dass das vielleicht da... ...festhält, weil der geladene ist. Den schmeißt du mal raus, der Staub ist draußen. Hätte sein können. Ja. Gut. Fenster, Zutatenregale. Kasse. Kasse aufbrechen. Ich wünschte, das hätte irgendeinen Effekt. Guck mal, vielleicht gibt es ja irgendwo was verstecktes. Hier oben gibt es nichts. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Vielleicht. Egal, wie oft ich es versuche. Es klappt nicht. Das ist mir recht egal, ob die für dich kocht oder nicht. Ich weiß nicht, wie ich das damit benutzen soll. Ich habe das heute eigentlich auch gar nicht so... Bauplan. Mit dem kann man schon mal nichts anfangen, denke ich mal. Vielleicht, wenn man den auch verbrennt, dass man Zeitpapier... Ich weiß nicht, wie ich das damit benutzen soll. Ja, auf jeden Fall tun wir erstmal speichern eine Runde. Ja, und speichern. Ja, gut, es ist gespeichert. Gut, auf jeden Fall beendet jetzt erstmal diesen Part. Für heute auf jeden Fall was aufnehmen. Hat gereicht. Erstmal für heute auf jeden Fall. Geiles Spiel. Kann nur Pluspunkte. Alles richtig geil. Ja, bis jetzt. Es ist halt sehr anstrengend und so weiter. Lass mich überraschen, was weiteres kommt. Ja. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.